Immer mehr neue Kunden kommen zu uns, weil sie mit ihrer bisherigen Druckerei nicht mehr zufrieden sind. Zu lange Lieferzeiten, zu teuer, kein persönlicher Service. Oder die Drucksachen sind ungenau geschnitten, Bilder sind unscharf oder zu dunkel. Die Farbe schmiert oder ist sogar anders als beim letzten Auftrag. Und wenn eine Reklamation abgebracht wird, dann geht das Theater erst richtig los. Vielleicht kennst du das auch. Ich heisse Dani Waibl und zusammen mit meinem Bruder Thomas führen wir unser Unternehmen für Grafik, Druck, Web und Filme in Zukunft. Wir drücken nicht einfach, sondern machen dich vor jedem Druck auf Schreibfehler, unscharf wird als dunkle Bilder usw. aufmerksam. Für all das und dass deine Hausfarbe auch wirklich immer gleich ist, sorgen mein Bruder und ich höchstpersönlich und mit ganzem Herzblut. Wir als Chefs haben unsere Arbeitsplätze mitten in unserem Betrieb und arbeiten tagtäglich direkt an der Front. Das ist nur ein von unseren Wettbewerbsvorteilen gegenüber grösseren Mitbewerbern, wo du als Kunde halt oft nur eine Nummer bist. Unsere Kunden schätzen ausserdem, dass wir sie nicht nur bei Drucksachen, sondern auch bei Grafik, Web oder Filmprojekten unterstützen. Und damit du als Weiblerkunde noch erfolgreicher wirst, produzieren wir dir gerne auch so einen Firmenfilm, wie dieser hier. Der kurz und knapp aufzeigt, was deine Firma einzigartig macht und wieso Kunden ausgerechnet zu dir kommen sollten. Der Mensch ist bequem. Heutzutage schaut man viel lieber ein kurzes Video, als dass man Text liest. Deinen Film kannst du direkt auf die Startseite von deiner Webseite stellen oder über Social Media verbreiten, damit potenzielle Kunden lieber bei dir abstellen, als bei deiner Konkurrenz. Ich weiss, dass es Überwindung braucht, in die Kamera zu sprechen und sich so der Öffentlichkeit zu zeigen. Aber willst du, dass es deine Mitbewerber machen und dir mit vielleicht schlechteren Produkten oder Dienstleistungen die Aufträge wegschnappen? Zusammen schaffen wir da. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Mehr Weibler gerne auch für dich. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme.